Hallo meine lieben Leute, ich bin hier in Treiser, unser Felke Kraftwerk, könnt ihr ja schon durch meine älteren Videos und ja, jetzt ein Zungellabyrinth mal angucken, aber ich denke, ich find's schon, jo, let's go. Hier, Zungellabyrinth, hier ist die Schrift, und ja, mal gucken, gehen wir mal hin, mal. Auf jeden Fall hier dieses Maisfeld, dann kommt, dass es überhaupt einen Anfang hat, überhaupt. Lell. Lull. Und ja, wenn er so gehört, es steht bis Oktober diesen Jahres. Und der Will kann ja auch dahin kommen. Genau. Ob es überhaupt einen Anfang hat, ist die eine Frage. Lull. So, meine lieben Leute, ich glaube, ich hab einen Gang gefunden. Let's go. Jo, man hat schon ein paar hübsche Meter. Und ja, hier sieht der Eingang aus, scheinbar. Lull. Und dann let's go. Auf jeden Fall ziemlich verwachsen das Ganze zwar, aber macht nix. Verspricht einfach interessant zu werden. Anbei. Bis Oktober hat man auch sogar noch hier die Möglichkeit noch sogar vielleicht noch sich den einen oder anderen Maiskolben zu holen. Wer will. Aber nur wer will. Und ob's erlaubt ist, weiß ich zwar nicht, aber... Naja. Lull, Herr Lieben. Aber lustig. Ich will schon. Das ist großartig. Martin, du schampft mir. Hu, 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 hu. Piep on the Mais. Ja, aber ich glaube, ich sehe schon die nächste Verzweigung. Verspricht aber interessant zu sein und da zu werden. Hu, hu. Juh. Heute ist mal... Die Gräser sind ziemlich hoch. Man kann sich auch zwar den Weg zurückgehen, wie man will, aber... ist ja jedem selbst überlassen, ob er den selben Weg zurückgeht, wo er gekommen ist oder... oder einen anderen Ausgang sucht. Genau. Wow. Ich bin zwar ziemlich beachtlich groß auf jeden Fall. Oh, hier sind schon auch... Oh, hier sind schon auch... Oh, hier sind schon auch... Oh, hier sind schon andere schon durchgehüpft und durchgedabelt schon. Lul. Ach, ja moin. Ja, aber dann... Kann man sich jetzt aussuchen, ob man da rumgeht oder da. Hm. Lell. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ja, ciao. Prost. Prost. Prost.